Ist der blöd Wo bist du hingelaufen, Centos? Hier hinten nur ein bisschen Vergiss die blauen Blumen nicht einzusammeln, ne? Ja Da sind Hexical Essenzen drin und dann kannst du Hexical Diamonds mitmachen Dann kannst du Scale Rüstung machen War das schon wieder ein Scheiß-Henderman Verreckt du Schokobo Ist der Tower da vorne kaputt oder geht er nach unten? Der geht nach unten Na dann, let's go Ich versuche jetzt eins zu machen ohne Rüstung, aber egal Ich weiß, ihr habt da Spaß und ich sortiere für euch Scheißkisten was Klar doch Was haben wir eigentlich für einen Spielmodi drin, ne? Normal? Einfach? Kann sich nicht Aber einfach, normal, normal Dann hätte ich schon Vergiftung drauf gehabt wegen den Höllenspinnen, ne? Geil ist, wenn man Close-Torn braucht, ne? Ja, Netatower Ich hab doch nur Diamant-Axt Ja und ich kill das hier auch noch, ist klar Alter, ne Superspinne Ist klar Ist klar Die tötet mich gleich erstmal Die wirft Potions Du musst auch gekillt werden, ne? Das ist normal Ach Ach, wie hieß der denn nochmal? Flash DR? DR oder DE? Oder DC? Was denn? Dieser komische Ach, ich weiß nicht mehr wie der Befehl heißt, Mensch Flash DC, Leaderboard All DC Leatherboard Ich hab ja auch nur so einen Flash Aber das ist schön, dass das dann jeder sehen kann, ne? Ich bringe echt immer diese Scheiß-Ameral-Charge Das frag ich mich immer Du kannst mit Rechtsklick machen, dann kriegst du Emeralds raus Echt? Ja Halt Rechtsklick gedrückt, dann bekommst du erst ein, ähm Ähm, Ameral-Peace oder so Mist Wird keine Angel haben Doch, mit Angeln kannst du Gegner angeln Na toll Was soll ich dann mit? Sklette Sklette Kommt der? Kommt der Sklette? Hä, warum hab ich Resistenz 5 Minuten? 5,5 Minuten? Ach wegen der Scheiß Das ist auch geil, man sieht noch nicht mal Ähm, wieviel Schaden die Gegner kriegen Warum doch, klar Nein Hä, oben? Ab und zu spackt das voll rum bei mir Ja, bei dir Oh, hier geht's Ach, du bist auch ein Noob Deswegen spackt das bei dir nicht rum Wenn ich brenne, schau ab Ich hab meine Knochen zusammen Meine zwei Stück Alter, wo kommen die ganzen Spinnen her? Ja, ich hab jetzt auch drei Ja, das ist gut Und jetzt ist es dunkel Alter, jetzt kommen die ganzen Höllenspinnen hier runter, oder wat? Wo kommen die denn alle her? Wo backen die denn? Ja, das packt sich immer so'n bisschen drinnen rum Ja, das packt sich immer so'n bisschen rum Oh, 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 oh mal habe ich das ja aber wie noch mal wieder hoch ja toll jetzt brenn ich auch noch weil so eine scheiß spinne feuerespekt hat gibt so eine komische tasche bekommen und bisschen was drin jetzt 60 leben die scheiß spinne hallo zambi stimmt fast nicht alles rein aber ich bin der mann und da war gab doch ein wo alles reinpasste müssen wir enderpunches machen auch mal die blöden höllenspinne geht mir nicht auf den zwerchfell auch ein für ein ding hinten bei uns ja jeden fall bei uns zu hause hier war er nicht ein horse ein white horse man kann sich auf so einem normalen rucksack machen ein bisschen vorliegen der wäder und schweißen 50 stück oder so haa hat sagen im lüft ohne scheiß die kostet das bitte so kopf das war doch kurz vor Ort und sogar mehr an den verletzen den in der männer hat lustig gemacht habe ich schon das verreckt doch eine wiser spinn hat alles für ihn jetzt eigentlich ein gesammelt die sterben spinne ohne witz irgendwo bei uns gelandet habe keine ahnung wo das sind halt was habe ich denn da gefunden soll sich ich bin da sachen rein ich habe so komischen rucksack gefunden und eine rüstung habe ich ja wohl diamant rüstung ja du hast wahrscheinlich so ein speck gefunden ne ich auch gleich schon level 30 22 22 einmal gestorben drei mal vier mal bist du gestorben aber da hatte ich kaum level und schon wieder so ein super zum weiter was sind das warum haben wir so so viele super zu mir selbst kenne ich gar nicht keine ahnung braucht man auch für gute sachen aus ich musste gleich mit der Faust jetzt kommt ein anderer Zorn wieder zwischen schnell ein Regenrede ich bloß nicht nein 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 die Führer ja ist klar so viele wie viele es sind das spätestens eine halbe Stunde bin ich aber auf soll ich aber auch schon ja und das wird auch so wie von der Schusskopf stelle ich nicht an neun ich bin blind bei den Dschungel gefunden erstmal Holzfarm jaja ja gehen wir eine Runde Holzfarm aber ich meine es mal das Portal nach Hause aber was kannst du mit dem Soul-Respec machen du kannst ja nichts rein tun du kannst ja dieses komische Soul-Respec wieder einschmeißen ne ich lege da ganze Zeit was rein yay ne Sternenschnüppel oder er hat gesagt Meteorit ok zwei Stück habe ich gefunden in einem war ein Schwerter drin das ist schon mal super ein Star Piece ey das ist nicht wahr die Endermänner die stellen sie ernsthaft unter Bäumen wie geil ist das denn das ist doch neue AI von denen hast du noch nie gesehen? ne voll oft kenn ich nicht alles neu für mich oh ist schon wieder einer jo hab ihn gesehen äh meiner hey du Arsch wir sind beide voll in der Nähe ach toll ne ich glaub ich bin da eher dran ja was doch ich bin auch grad in die Richtung gegangen du hörst nur die 2. Star Piece was kann man eigentlich mit Star Pieces machen? muss man gleich mal gut gehen hoffentlich irgendwas besonderes boah wie lange das dauert bis man so einen scheiß Baum hier abgebaut hat ich glaub jetzt hab ich erstmal genug Holz bist du sicher? ja du brauchst den ganzen Dschungel an na gut dann oh scheiße ich bin ja verpiss dich verpiss dich ich hab nur Diamant ich bin Angst ok 18 Kohle ja die nehm ich auch am besten mal sofort mit ich kann gleich mit Holzkrassen deinen Graub machen naja es geht ja ums Verbrennen weg hier komm lauf um dein Leben lauf ja besonders bei den ganzen Monstern hier ist das kann man nur habt ihr den Tor geklärt oder was? nein ich bin nur wieder wo? keine Ahnung irgendwo wo man das diesmal nicht gesehen hat ja ich hab ihn auch nicht gesehen naja Pech gehabt wir haben schon wieder ein Enderman im Haus und Enderman Disco war gerade ach ja man müsste erst mal mit dem Hüftmover durchlaufen aufgelöst boah ey nicht dass der scheiß Lüftner unser Haus frisst ja das ist natürlich heftig ey oh ein Dschungeltempel oh 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 ey der ist nur am finden ne das war aber jetzt unbeabsichtig achso das W-Skelett 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 ah das das trifft nicht nicht das gut achso wenn du das Soul im Peck ausgeleert hast dann verschwindet alles alles klar ja ja wie kann man denn absteigen bei was er sitzt grad auf dem Schokobot ruf rechtsklick ja oder mit Shift rechtsklick ne gar nicht die kommen da nicht runter Shift rechtsklick versuch das mal ja was versuch ich denn oder SRG oder E irgendwas muss ja gehen oder boxe es einfach ja auch ein Spoiler-Dreck kann auch nicht mal boxen soll ich die Sticky Pistons mitbringen ja bring mal mit ups alter was war das ein Küper ich bin hier runter drück hinter dir ist ein Zombie und sneak mal sneak mal und eh oder rechtsklick was ist denn eine Chromicon Page ja probier das doch grad was ist denn eine Chromicon Page was ist denn für ein Scheiß hier ich kann absteigen da ich kann abgestiegen ich sag doch oh sneak und rechtsklick du bist immer wieder aber ich probier den ja du bist nur wieder drauf gestiegen wieder so dumm zum absteigen also ruhig der ist ja wieder so direkt wieder drauf gestiegen oh hier ist schon wieder so ein komischer Habinger wosa 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 nein macht da auch Endermengen Geräusche ach leckst du mir doch am Zückerli lass den hier aber stehen ne der haut aber wieder ab ne der haut nicht ab er ist gezähmt ja das musst du mit dem Bug musst du drauf machen dass der dir entweder folgen soll oder stehen bleiben soll bleib doch hier stehen ohne dass er irgendwas macht boah mit Schokopedia mit Schokopedia ja so ich hab jetzt eins zwei drei vier fünf Stacks Holz und ich kann ihm keinen Namen geben weil du den gezähmt hast verdammt ich wollte den Horst nennen einfach Horst ich hab ihn nämlich schon gezähmt ja aber den Namen wollte ich dem noch geben nö das finde ich mir wohl das finde ich mir wohl den Horst nennen Horst 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 Wir müssen wohl tun da ist das drin da ist das drin ich weiß nicht wie ich das sortieren soll ganz ehrlich aber auf Ende Play it in der Jessica was werde ich auch ne Woche nix mehr sortieren mhm das wär jetzt egal erstmal du hast doch hier ein Schokopedia ja hab ich doch gar nicht gesagt dass ich es nicht hab ich hab mehrere ja also die Eisenbarren die brauch ich ne ja das ist äh ich brauch nämlich blblblblblbl 36 Stück ey ganz ehrlich mach doch mal die scheiß Ohren in die Kiste da hinten nein mann ich hey das sind doch die hab ich doch da immer rein sortiert das wird doch dann tu das doch einfach hier rein tu doch einfach da rein nein da ach deine Orte noch gar nicht öh alter was oh Johnny ey jetzt mal ohne witzig ich war grad am gucken du bist da jetzt leck ich hier rum mann das Johnny das ist jetzt nicht mehr witzig ey boah das nervt im Scheißportal lass den Mist mal ich hab grad dir geguckt was man mit Star Pieces machen kann vielleicht mit Stern du Witzbold ey was genau Skybeam Blocks guck mal dein Schokobo folgt dir doch der hat sich in unser Haus teleportiert ja weil er Follower gemacht hat das war ich grad bist du da auch oder was der hat sich dadurch zu Flash gefrottet ein Skybeam Block kann man machen äh hier Flash willst du den jetzt haben nö Zerro ich will nicht Zerro ey Lass doch lass doch eh später ne Schokobo Farbe machen oder ja ja aber mit Gold nein ja aber also der gehört jetzt dir denn der Flash ach man warum folgt der mir denn jetzt wie ging das nochmal ja du musst das Buch nehmen und dann das vorigen weg machen J Johnny doch die machen CAM bitte das Portal da vorne weg ja Stay jetzt bleib da und ich fresse du Mistviesch hehehe hat eh so ne ging einer da drüber so so boah das nervt sich so schnell Schokobo haha löst ja Lass ihn noch. Klatsch ihn. Ob ich denn mein Glas? Das Glas ist unten, verdammt. Das pisst ja immer noch draußen. Ja. Egal, lass. Ist das Sand? Ne, das ist Sandstein, okay. Kannst nicht aus Sandstein wieder Sand machen. Ne. Ne. Achja. Ich glaube nicht. Ich bin mit dem Pulverweiser. Ja, toll. Du glaubst nie irgendwas. Was? Pulverweiser, haben wir das schon? Oder mit Minium Stone? Ja, das könnte man nur hinschaffen, Minium Stone. Auf jeden Fall genug Serien gesammelt. Ja, das wär jetzt nicht das Problem. Ein Gold und vier Eisen und ein paar Cleanstones ist auch nicht so die Sache.